Oh Moin! Ein, zwei Worte von mir heute zu diesem Fusselrasierer. Das Ganze von der Marke Apparato ist ein, wie gesagt, Lendremover, also ein Fusselentferner und okay, hat gar keine Klebe hier. Und wir schauen uns das ganz einfach mal an. Ist das rosa Modell? Es gibt das hier auch noch in einer dunklen Variante. Kommt auf jeden Fall mit so Ersatzklinge daher, da kann man sich ordentlich austoben. Dann haben wir hier das Gerät. Ein Netzteil ist nicht dabei, aber der Stecker. Das ist USB-C, soweit ich das gesehen habe. Wir können mal schauen. Ja, USB-C ist das Ganze. Hier kommt das Ganze dann rein und hier ist der Power-Schalter. Ich kann das hier einmal zeigen. Wir drehen das Ganze einfach auf. Hier können wir dann die Klinge theoretisch austauschen. Hier sammelt sich dann der Fusselkram drin. Können wir einfach über Müll kippen und dann das Ganze entsorgen. So, erst mal soweit zur Theorie und ich schnappe mir hier einfach so ein Kissen. Und da gehen wir jetzt einfach mal drüber und schauen mal, was passiert. Das ist jetzt nicht das Optimale, weil es nicht so super fusselig ist. Aber ich denke, selbst hier wird das Gerät ein, zwei Sachen sich besorgen. So, wir sehen das hier auch. Wir haben unterschiedliche Powerstufen. 1, 2, 3. In dem Grad haben wir da mit 6 stehen. Die ist jetzt nicht mehr da. Gut, lassen wir nochmal 3. Und jetzt steht hier wieder 6. Ich weiß nicht genau, wofür. Aber ist ok. Dann gehen wir hier mal drüber. Aber dann machen wir das nur ganz grob an der Stelle. Das muss reichen. Und dann speisen wir das mal zur Seite und schauen mal, ob hier schon sich was absetzt. Und ich sehe das hier schon ganz gut. Hier ist schon einiges jetzt drin gelandet. So, und dann sehen wir hier, das Ganze arbeitet sich da wirklich gut durch. Sammelt auch ein bisschen was auf. Und dementsprechend, ja, ein sehr funktionstüchtiges, starkes, leistungsintensives Gerät, bei dem man nicht so viel falsch machen kann.